Ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen uns mal ganz kurz das neue Video von unsympathischTV an. Der hat nämlich ein neues Video hochgeladen, da wurde ich gerade drauf hingewiesen. Memes, die in die Olga reingehen, da schauen wir nochmal ganz kurz rein. Heute ist es wieder so weit, heute hat mir Luca mal wieder eure Clips zukommen lassen. Das heißt, wir drehen heute... Grüße an Luca an der Stelle, den ich dann mal auch hab kennenlernen dürfen, der mich scheinbar nicht so nett fand. Luca, kein Gruß geht raus an dich an der Stelle, das ist natürlich nicht ernst gemeint. Suche nicht zu lachen. Digga, Kevin, einfach nur peinlich. Heute wird es ganz übel. Die Regeln von Versuche nicht zu lachen sind eigentlich ganz klar. Ich schaue mir eure Clips an. Ich darf währenddessen... Wir machen wieder mit. Nicht lachen und dasselbe gilt auch für euch daheim. Ich habe heute... So lachen nur reiche Menschen, was steht da drunter? Nicht lachen und dasselbe gilt auch für euch daheim. Deswegen lache ich gar nicht, Leute. Ich habe heute richtig beschissene Laune. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir direkt an mit den ersten Clips. Let's go. There's your boy. There's your boy. Your boy. Yes. Yes. What did I say? What did I say? I say wild shit in my videos all the time, bro. What did I say? What did I say? I say something crazy? Wait a minute. What? Was this a picture taken back in the day? Is that Sasha when he had hair? Unangenehm. What the fuck, Alter. What the fuck. Digger, das kriege ich nie wieder auf... Das kriege ich wieder auf... Das nehmen wir uns mal den Kopf raus. Good. Having dinner? Yeah. You guys make a beautiful couple. Couple of besties. Das will ich nie wieder in meinem Leben sehen was soll das was soll das was soll das so gute Clips und dann wieder dieser Gesang nichts gegen den Ehrenbruder Lazzo aber was soll daran witzig sein Digga vielen Dank für die komplizierte aber Grüße gehen noch mal raus an James Bray Übrigens habe ich das Gefühl dass James mehr von meinen Videos versteht als Knossi Gut das liegt aber auch wahrscheinlich daran dass Jens ganz andere Dinge zu tun hat Übrigens kann ich da gleich noch eine Story zu erzählen Und bitte noch mal ein kleines F für einen gefallenen Bruder Bitte auch mal hier an der Stelle ganz kurz ein F in den Chat damit wir alle mal Solidarität teigen Wir wissen alle wie es ist meine Freunde in der Friendzone zu landen Wenn man überhaupt so weit gekommen ist und eine weibliche Freundin mal bei sich hatte Haftor Bjornsons Tag beginnt pünktlich morgens um 6.30 Uhr Da bin ich schon mal raus Das erste was er nach dem Aufwachen sieht ist seine Frau Komm Carsten sag schon Da bin ich wieder drin Alles Gute Max mein Bray Danke Mermit mein Bray Ist ein Bray noch mal eine Steigerung von einem Bro oder einem Bra? Mir kann man kann mir nicht erzählen dass dieser Junge nicht ne Dass dieser Junge nicht irgendeine Certifizierte geistige Einschränkung hat alter WTF? Was ist das? Oh, Meckle. Digger, einfach zwei. Ja, da war Gehirn dabei. Ey, ganz kurz. Ich feier diesen Typen so hart. Schon in den letzten Episoden war es eines meiner Highlights. Ich hoffe, dass sie mir da in Zukunft noch weitere Clips einsendet. Danke, Chat. Nein, Digger, komm von den C63 AMG erst runter, Digger, du bist nicht in der Gruppe. Ach, Luca, komm. Ja, ist lustig, weil der Vater ist auch nicht da. Parallel dazu beginnt am Bahnhof heute Jenny. Parallel dazu bin ich in Planung mit Benji. Wo ist dieser Clip her, Alter? Wo ist dieser Clip her? Oh, mein Gott. Wie bitte? Benji Ewald. Bruder, ich habe mit allem gerechnet, außer mit Benji Ewald. Im Ehrenbruder. Benji 385i, ich wünsche dir das Allerbeste. Wait a minute, wait a second, wait a second. Oh nein, nicht Antonia. Das sind Magnete. Ach, Digger. Antonia ist einfach so stupid, da kommt wieder irgendwas Dummes bei rum. Ähm, Luca, kann es sein, dass da eventuell der eine oder andere Crush auf Antonia besteht? Wollen wir kurz drüber reden? Tja? Das sind Mentors. Mhm, ist richtig. Das ist eine Cola Light. Magnete gehen an Mentors? Mein Gott, Digger. Das kann doch nicht sein, Antonia. Wirklich, Alter, das kann nicht sein. Das... Mentors sind magnetisch? Antonia! Das ist doch nicht wahr. Bro, I didn't even slam my shit this fucking hard, though. I promise you, though, though. Einfach echt bei Castle Rush. Schöne Frage an euch. Wohin geht es nach Bikini Bottom? Geht es dort lang, dort lang, dort lang oder dort lang? Äh, dort lang. Alter. Pfff. 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 Was? Jeder, der daheim auch gerade nur seine Mundwinkel nach oben angewinkelt hat, soll... Hab ich nicht. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Hab ich... Haben wir nicht. ...de unbedingt heute Abend noch beten. It is Friday, my dudes. Oh, Digga. Oh, Luca. Was soll daran lustig sein? Welcher Mensch sitzt zu Hause und denkt sich bei dem Clip... Oh, mega funny. Gerade übel mir ein Abgelachen. Das ist einfach... Das ist einfach eine richtige Minusaktion, Bro. Das gibt eine Anzeige. Wo ist dieser Club... Warum sitzt hier eine... Seit wann? Karin Ritter, was ist da passiert? Hm, Digga. Die Mädchen werden von der gleichen Mutter am gleichen Tag, im gleichen Jahr... Der sagt wieder was saudummes. ...und zum gleichen Zeitpunkt zur Welt gebracht. Sind aber keine Zwillinge, oder was? Trotzdem sind sie keine Zwillinge. Zweieige Zwillinge. Kevin. Kevin. Und an der Stelle bin ich mal wieder... Kevin. Kevin. Komplett raus. Kevin. Wenn ihr das Video gefallen habt, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr Clips habt für dieses Format, dann sendet die bitte an diese E-Mail-Adresse hier. Jeder Clip zählt. Kuss geht raus. Falls ihr meinen Kanal noch nicht... Ich will, dass niemals ein Clip von mir, der eingesendet wird, weil ich nichts Dummes sage in meinen Streams. Ich gebe mir Mühe, auf meine Artikulation und auf das zu achten, was ich sage. Außerdem... Ja. Dann könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehrenbruder-Basis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen... F für den Bruder.